Hallo meine Lieben und vor allem ein großes Hallo an alle lieben netten neuen Leute auf meinem Kanal. Falls ihr gerade durch Michelle, also loves being a woman, das ist ja 93, auf meinem Kanal gelandet seid, da wir ja ein Tauschpaket machen, heiße ich euch hiermit und herzlich willkommen und hoffe, dass euch mein Video gefällt und ja, ihr seid ja bestimmt auch ganz gespannt, was Michelle mir geschenkt hat, geschenkt, geschickt hat und ja, kurze Erläuterung, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich bald ein Tauschpaket mache und ja, nun ist es soweit, wir haben lange gesammelt und lange gewartet und dann kam noch der ganze Abistress bei der lieben Michelle dazwischen und heute total unerwartet, sie hat es mir nicht mehr angekündigt, kriege ich so ein riesen Paket, ich hole es beim Nachbarn ab und die sagt auch noch, Vorsicht, ist schwer und ich denke nur so, hä, ich habe doch gar nichts bestellt. Ja, und dann kriege ich hier so ein fettes Paket, das ist so schwer, das ist auf jeden Fall schwerer, als was ich hier geschickt habe und jetzt bin ich so aufgeregt, ich muss jetzt sofort dieses Video machen, weil ich bin so nervös, also das ist, glaube ich, das krasseste Unboxing-Video ever, ever, ever. Auf jeden Fall sah ich das schon mal voraus, ich werde wahrscheinlich noch 10.000 Mal Danke sagen, liebe Michelle, danke, dass ich überhaupt mit so einer tollen YouTuberin, die ja mein absolutes Vorbild ist, dass ich überhaupt die Chance habe, mit ihr so ein Tauschpaket-Video zu machen. Ja, wir haben uns mal auf einem Pinkbox-Event persönlich kennenlernen und sehr gut verstanden und ja, jetzt bin ich mega, mega aufgeregt, was da denn so drin ist. Ich schwitze sogar am ganzen Körper, so aufgeregt bin ich und ich schneide das jetzt einfach mal auf. Ey, es ist wirklich so nervenauftreibend. Mein Paket ist schon ein bisschen länger angekommen, deswegen weiß ich auch schon fast gar nicht mehr so richtig, was ich alles reingemacht habe und dann wird das für mich auch noch schon mal spannend sein, ihr Video zu gucken. Hast du es aber auch echt gut verklebt. Vor allem ohne Vorwarnung. Sie hat nicht mal geschrieben, hey, ich schick dein Paket los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh mein Gott, Süßel. Oh mein Gott. Also erstmal guckt euch bitte das an. Und alle, die meinen Kanal schon abonniert haben und schon ein bisschen länger schauen. Ich glaube, es wird halt ein langes Video, so wie es aussieht. Ähm... Oh, ich weine gleich. Ähm... Also die wissen ja, dass ich da ausflippe schon allein bei rosa einem Geschenkpapier, ey. Hallo? Alter Schwede. Ein rosa... Ah, sie hat das alles einzeln mit eingepackt. Und das sind so viele Sachen. Oh mein Gott. Und guckt euch mal bitte das hier an. In den Deckel ist... Wow, die Karte. Ist ein glitzernes Herz. Und ich liebe Glitzer. Oh Gott, Michelle. Weißt du, dass ich Glitzer liebe? Bestimmt. Und es ist so rosa. Also guckt doch mal das Geschenkpapier. Oh, ich weine gleich. Oh, vielleicht hätte ich mir ja noch eine Müllschüter nehmen sollen. Ach, oh Gott. Das ist jetzt auf jeden Fall wirklich wie Weihnachten. Äh, ich gucke mal kurz. Yay. Sehr schöne Postkarte. Von P2. Ähm... Huhu, meine Liebe... Ich lese jetzt einfach mal vor, aber damit kann ich ja eigentlich rechnen. Huhu, meine Liebe, hiermit erhältst du endlich das langersehnte Tauschpäckchen. Päckchen? Das ist kein Päckchen. Das ist ein Weihnachts-, Geburtstags-, Ostern-Paket. Ich hoffe sehr, dass dir die Produkte gefallen werden. Ich finde es wirklich toll, dass wir uns in Berlin kennenlernen durften. Drück dich, Michelle. Ich finde es auch richtig toll, dass wir uns in Berlin kennenlernen durften. Und ich hoffe, liebe Michelle, dass, ähm, dass du immer wieder zurückkommst nach Berlin und wir uns dann wieder sehen. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Erstmal sind hier Süßigkeiten. Oh mein Gott. Hier ist so viel. Hier ist so viel. Also, sie hat auch noch überall so einen süßen Zettel drauf gemacht. Und, ähm, ja, das habe ich auch gemacht. Und... Ah! Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall das coolste Pappel-Video, glaube ich, was ich je gemacht habe. Das macht am meisten Spaß. Und... Ah! Oh mein Gott, wie cool! Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ein Nagelrad! Danke, danke, danke. Sowas habe ich noch nicht. Und ich habe immer gedacht, ich will sowas haben. Aber irgendwie habe ich mir sowas noch nie bestellt. Und das ist total cool. Und... Oh mein Gott, danke schön. Danke. Oh, das ist voll cool. Ich habe endlich sowas. Und dann kann ich meine Nagelrecke da drauf machen. Und dann kann ich die euch zeigen. Und dann... Das ist voll cool. Dankeschön. Ach, das ist irgendwie auch unangenehm, oder? So... Ah, ich freue mich so doll. Wo mache ich denn das Papier hin? Auf den Boden. Egal. Es ist so aufregend. Äh, hier steht drauf. Vielleicht für das Handtäschchen. Hm. Was könnte das sein? Sieht aus. Also fühlt sich an wie ein Buch. Und... Ja. Oh mein Gott, das ist pink. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist süß. Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott, das ist pink. Guck mal. Also das ist halt so ein Notizbuch. Und das hat pinke Seiten. Also ich mag pink, ja. Also das hat sich jetzt auch dann... Oh mein Gott. Oh Gott, wie süß ist das denn? Und dann kann man hier... Und ich wollte mir letztens noch so ein Notizbuch kaufen, weil ich dachte, irgendwie brauchst du ja auch mal was für die Handtasche, dass du dir mal was aufschreiben kannst. Weil ich immer so eine Verpeilerin bin. Und jetzt kann man hier was draufschreiben. Und das sieht einfach so toll aus. Danke, liebe Michelle. Das kommt auf jeden Fall in meine Handtasche. Das ist... Da steht eigentlich mein Name sogar schon drauf. Ich habe einen Nagelrand. Und... Tut mir echt leid, wenn ich jetzt in dem Video ein bisschen dann so aufgedreht bin. Aber ich bin so unglaublich nervös. Geil. Perfekt im Sommer. Ich will nicht, gar nicht das Papier abmachen. Oh Mann, und sie hat da sogar voll süß noch so ein Geschenkband rumgemacht. Hallo Sonne, gehst du mal nicht weg, wenn ich gerade das Video meines Lebens mache. Ja! Oh mein Gott. Ah, das ist so geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Es ist mein absolutes Lieblings-Sommer-Must-Have. Ich habe mir das zwar letztens auch gekauft, aber ich habe mir noch gedacht, ich muss mir noch ein zweites holen, weil ich immer eins so zu Hause habe und eins in der Handtasche und eins auf Arbeit. Und das werde ich mir auf Arbeit im Kühlschrank stellen. Das ist so geil. Das ist das Balea Wasserspray Aqua. Das, also wenn ihr das noch nicht kennt, das ist ja absolutes Sommer-Must-Have ever, ever, ever. Ich glaube, sie schreibt mir gerade zurück. Und ja, das liebe ich. Danke. Danke. Das ist echt so geil. Das ist so geil. Du kannst es immer so gut tragen. Hm. Da könnte ich mir vorstellen... Weißt du, ich habe das bestimmt Lidschatten sind. Könnte das sein? Ja. Oh mein Gott. Ah! Weil Michelle trägt ja keine Lidschatten, weil sie die ja nicht verträgt. Und ich trage halt immer richtig viel Lidschatten. Und... Oh mein Gott. Sie ist verrückt. Sie ist verrückt. Du bist verrückt. Oh! Ich war in der Fläche vor Freude. Ey, ich brauche nie wieder zu DM, glaube ich. Alter Schwede, wie cool ist sie denn? Ich fasse es nicht. Ey, es tut mir voll leid, dass mein Paket nicht so toll ist wie deins, glaube ich. Ähm. 060 Lila Butterfly. Oh, ist das eine gelde Farbe. P2 Metal Eyeshadow. Ey, sieht der nicht toll aus? Oh, ich liebe ja sowieso Lidschatten in allen Farben. Oh, wow. Ist der schön. Oh, ich liebe das. Ich liebe das so sehr. Danke Michelle. Du weißt immer, was ich mag. Oh, jetzt will ich sie unbedingt wieder sehen, ey. P2 Eyedream Eyeshadow in der Nummer 160. Dinner for Two. Oh, das ist so schön. Guck doch mal. Das ist so schön. Oh, ich weiß einfach, dass ich Lidschatten liebe. Danke. 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 Und die Nummer 030 Rising Sun. Poolsight Party. Kenne ich gar nicht. Oh, wie cool. Oh, mein Gott. Das ist niedlich. Das war aber in der L.E. gewesen bestimmt, ne? Oh, so eine schöne Farbe, ey. Du bist verrückt. Du bist wirklich verrückt. Danke. Oh, Lidschatten. Oh, mein Gott. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass das ist? Menschen, die man erst einmal gesehen hat und wir haben halt telefoniert und dann guckt man halt so sich die Videos von jemand an und sie kennt mich irgendwie voll nur durch meine Videos. Das finde ich so krass. Oh, mein Gott. Wie süß. Sie hat mir hier noch ein paar... Mann, ist sie süß, ey. Sie hat mir hier noch Pröbchen eingepackt. Mann. Ich fast es nicht. Palmolive Thermal Spa Mineral Massage. Oh, das hier. Omega Repair Shampoo. Das finde ich ja so toll, dass ich das jetzt dann probieren kann, weil ich wollte mir das auch schon kaufen. Oh, Mann, ey. Beauty Balm und Shampoo. Oh, wo hat die denn die ganzen Proben immer her? So eine schöne kriege ich gar nicht. Gratis Probe. Beautiful Long. Oh, dann auch noch eine Gesichtsmaske. Mann. Reinigende Maske. Ach, du bist doch verrückt. Aromatherapie. Und von Sios. Geil. Das wollte ich sowieso auch mal testen, dieses Keratin Shampoo, weil ich hatte von Zwei ist eigentlich nicht so gute Erfahrung, aber das soll ganz gut sein. Es tut mir leid, das wird ein langes Video, Leute. Da müsst ihr durch. Aber falls ihr von Michels Kanal kommt, dann seid ihr lange Videos gewohnt. Ey, das nimmt kein Ende. Mann, ich muss aufhören. Ich muss aufhören, so viel zu quatschen. Die gehen einfach immer. Okay. Yay. Oh mein Gott, wie cool. Oh Mann, du bist so süß. Das ist verrückt, bist du. Vanille Duftlichte. Mindest drin, dauert vier Stunden. Von DM. Ich liebe DM. Jeder liebt DM. Und ey, das reicht. Teelichter gehen echt immer. Oh, danke, danke. Mann, ist das niedlich. Oh mein, ey, sie ist in den Laden gegangen und hat überlegt, hm, was kann ich ihr denn kaufen? Das ist ja... Oh mein Gott, wie süß. Das ist. Das ist so geil. Für deine Pinselchen. Okay. Jetzt könnte das... Sieht irgendwie aus wie eine Seife. Oh, ist das aufkriegend. War eigentlich viel zu schade, das hier alles aufzumachen. Ah, wie cool. Zitronenkernseife. Ja, geil, danke. Das habe ich mir... Das habe ich schon mal gesehen in YouTube-Videos, dass man das damit machen kann. Damit soll es voll gut gehen. Oh, cool. Dankeschön. Oh mein Gott, wie süß. Meine Pinselchen. Mein... Ich weiß es nicht. Sie ist die süßeste auf der Welt. Immer brauchbar. Wieder als Bonbon verpackt. Ja, 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 ja. Ja, das ist auf jeden Fall immer brauchbar, ey. Das ist, äh, Nagellackentferner von Eberlin. Geil, meiner ist fast alle. Also irgendwie kann sie echt Gedanken lesen. Und einen Nagellackentferner braucht man definitiv immer. Yeah, und der ist rosa. So. Ey, du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich schwöre drauf. Ich schwöre drauf. Okay, ich kann mir schon denken, was ist das? Das ist bestimmt das Balea Oil Repair Shampoo und Spülung. Das zeigt sie in jedem Haul, in jedem Aufgebrauch. Und ich wollte es mir schon immer kaufen wegen ihr. Ey. Ja. Oh mein Gott, du bist so cool. Ja, Oil Repair Spülung. Also jetzt werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ich bin wirklich gespannt. Das ist ja, das ist ja ihr Markenzeichen. Dieses Shampoo und die Spülung. Von Friseuren empfohlen. Ohne Silikone. Also wer ihre Videos kennt, der kennt auch diese Teile. Und ich wollte sie mir schon immer holen wegen ihr. Cool. Jetzt habe ich sie. Und ich habe sie auch noch nicht getestet. Das ist so cool. Hier ist noch was Kleines. Mag ich sehr gern. Ich mag alles, was du magst, Michelle. Oh Gott, das ist wirklich echt wie Weihnachten. Und das nach einer Arbeit. Ja. Ja, das habe ich gesehen, dass sie das sehr gerne mag. Lippenpflege Juicy Orange von Balea. Lippenpflege für geschmeidige Lippen. Und ja, das weiß ich. Sie mag die immer voll gerne, weil sie mag auch immer so gerne diese Citrus-Düfte. Orange und so. Und das ist auch eine Limited Edition. Also richtig gut. Ich glaube, die gibt es auch so gar nicht mehr. Und voll cool. So was Ähnliches war auch in meinem Paket drin. Welcher gefällt dir am besten? Okay. Oh, du bist ja nicht mehr ganz normal, ey. Du bist doch verrückt. Ich fasse es nicht. Oh Mann, ey, ist die verrückt. Essence XXXL Long Lasting Lip Gloss in der Farbe. 1 Babydolls Favorite in so einem Rosaton. Dann der P2 Pearl & Glow Lip Gloss 050 Forbidden Berries. Und P2 Colorstar Lip Cream in der Farbe 021 Betty Davis. Ich kann es dir gar nicht sagen, welchen ich am besten finde, weil das alles drei genau meine Farben sind. Was du dir wahrscheinlich schon gedacht hast. Und ich finde sie alle wunder, wunder, wunderschön. Also, scheiße. Sind alle schön. Kann man sich doch gar nicht entscheiden. Oh, die sind auch so schön cremig. Also mir gefallen alle gut. So sehen die aus. Ja, also, ich weiß es nicht. Ich finde sie alle genau gleich schön, weil das genau mein Geschmack ist. Also, müsste ich mich entscheiden, würde ich mich für den hier entscheiden, weil der noch ganz minimale Glitzerpigmente hat. Aber so ist das schon echt. Also, es gibt es auch gar nicht, dass du mir sowas schickst. Alles. Das ist doch verrückt. Aber lieb. So, es geht immer weiter. Glitzer. 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 Das bin ich. Ich bin Glitzer. Ich bin Glitzer. Oh, das ist verrückt. Mann. Sowas habe ich noch nicht. Effekt Nails. 3D-Türkis-Glitter. Cool. Glitzer geht immer. Aber das könntest du ja wahrscheinlich schon denken, dass ich auf Glitzerpfahre, weil hier ist ein Glitzerherz reingeklebt. Ja, super, super, super schön. Ja, da freue ich mich schon, das auszuprobieren. Dankeschön. Für den Kussmund. Oh, mein Freund latscht hier schon wieder durch die Gegend. So sieht das aus. Oh mein Gott. Ach, mein Schatz, ey, du musst hier nicht in Zeitlupe langlaufen. Man sieht dich nicht. So, die... 104 La Croisette und 030 I Feel You. Beide von P2. Einmal P2 Pure Color. Ich liebe diese Lipsticks. Und P2 Matte Luxe Lipstick. Den kenne ich gar nicht. Aber so welche habe ich schon. Ich finde die so geil. Oh mein Gott, was ist das für eine wunderschöne Farbe. Oh mein Gott, ist das schön. Der ist ja echt wunderschön. Dass sie überhaupt... Ach, dass sie... Dass mir sowas... Also... Mann, ey, das sind so schöne Farben. Ja, der hier ist ein bisschen dunkler. Oh Mann, ist das schön. Dankeschön. Habe ich schon gesagt, dass du verrückt bist. Also... Ah, kennt ihr das? Ich habe, weiß ich nicht, wenn jemand schon mein Tauschpaket gemacht hat, habe das Gefühl, dass ich ihr irgendwie nichts Schönes geschickt habe. Fand ich niedlich und zu dir passend. Okay. Kann ja nur was Rosanes oder was Glitzerndes oder was Mädchenmäßiges sein. Ja, oh mein Gott, wie süß. Oh, Christoph. Ich fasse es nicht. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Ich habe es mir nicht gekauft, weil ich gedacht habe, da hast du ja schon die New Gliedschatten. Aber... Oh, es ist wunderschön. Aus der Essence Love Letters, äh, ist ja schon ein bisschen her. Ähm, ja, diese Palette 01 Everthine, Evermine, Everuse. Cool. Ja, in den wunderschönsten Farben. Also das sind ja wunderschöne Mädchenfarben und es passt definitiv zu mir. Und ich finde es so toll, dass ich die Palette jetzt doch habe, weil ich war irgendwie ein bisschen zu geizig, weil ich mir alles andere aus der L.E. geholt habe. Und danke, danke. Ach, du bist so süß. Weil Frau nie genug haben kann. Also wenn Michelle das schreibt, ja, weil Frau nie genug haben kann, dann kann es sich ja nur um Nagellacke handeln. Definitiv. Du bist doch echt verrückt, ey. Mann. Du bist verrückt. Das kann ich ja gar nicht wieder gut machen. Alter Schwede. Ich spinn's ja wohl. Ich meine, reicht ja nicht, dass man einen Nagellack schickt. Nein, man schickt vier. Danke. Oh mein Gott. Oh Mann, das habe ich noch alles gar nicht. Essence Nail Candies 06 Sodapop und Candy Shop. Wollte ich eh schon einmal probieren. Und natürlich in der perfekten Farbe Barbie Pink, Barbie Rosa Catch the Glow. Oh, ist der schön. 020 Smooth Jam. Und, oh, der sieht so schön aus. Ja, ich liebe Nagellacke. Und natürlich noch zwei Perfekte auf mich abgestimmt. Von Essence 169, A Hint of Love. Ein roter Glitzerlack. Oh, ist der schön. Ja, sie weiß, dass ich sowas mag. Und Nummer 06 Party in einem Bottle. Auch von Essence. Ey, ist der nicht, gell? Der glitzert da. Da geht richtig die Party ab. Ich würde mir sie am liebsten alle sofort lackieren. Geil. Du bist verrückt. Habe ich schon gesagt, dass du verrückt bist. Der Duft ist total toll. Das ist total groß. Du verrückter. Also ich meine, du bist jetzt natürlich nicht böse, wenn ich es immer sage, du bist verrückt. Oh, du bist... Ich hatte das letztens in der Hand, ey. Das ließ doch gar nicht. Ich wollte mir das erst noch kaufen. Ach, du bist sehr süß. What do you need? Und Duschgel. Guck mal, so eine Limited Edition. Oh, ist das süß. Duschgel und Body Lotion. Oh mein Gott, das ist so zuckersüß. Ich werde mal gleich dran riechen. Also schneller in die Verpackung ist es ja wert. Oh, es riecht echt wirklich, wirklich, richtig gut. Die würde ich ja schön nur als Deko benutzen. Oh, es riecht wirklich schön. Wow. Danke. Ich bin sprachlos. Ich würde am liebsten jetzt hier so ein Naschen essen. Magst du den Duft genauso gern wie ich? Mag ich den? Magst du? Ja. Du bist so verrückt. Oh mein, es tut mir leid. Jetzt sage ich die ganze Zeit dasselbe. Das ist eines meiner Lieblingsdusch, das Kokos. Ich liebe Kokos und sie liebt auch Kokos. Ja, das ist total toll. Special Edition. Ich habe mir letztes Jahr sogar noch welche gebunkert davon, weil ich Angst hatte, dass es die nicht mehr gibt. Und ja, ich mag es. Ich liebe es. Sehr, 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 sehr doll. Zum Testen. Was könnte das denn sein? Geil. Cool. Essence Maximum Volume Mascara. Für mehr Volumen. Kenne ich nicht, aber ja, ist natürlich geil. Mit einem Gummibürstchen, worauf sie auch immer schwört. Ey, das sieht echt gut aus, das Bürstchen, ne? Und ich brauche ja Volumen, weil Länge habe ich ja. Cool. Kenne ich nicht, aber es ist richtig cool, dass ich das testen darf. Ich bin so glücklich. So, und jetzt sind wir endlich mal beim letzten angelangt. Ey, sonst wird das Video hier noch 100 Jahre alt. Also endlich nicht. Natürlich ist es schön. Mein Liebstes. Ihr Liebstes. Oh Gott, das war ich. Da fällt mir jetzt nichts ein. Das ist schon auch irgendein Duschgel, oder? Die steht jetzt ja Duschgel. Ach ja, stimmt. Frangipani and Oil von Nivea. Pflegedusche mit Duschperlen. Ja, darauf schwört sie ja. Das ist ja absolut das Lieblings-Favorite. Entschuldigung. Duschgel. Cool. Cool, cool. Oh, das riecht ja so schön richtig gut. Oh Mann, da freue ich mich echt ganz doll. Ach, du bist zu fach. Das Paket ist leer. Mein ganzer Boden ist voller rosa Geschenkpapier. Ähm, wow. Ich hätte nicht, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so viele tolle Sachen drin sind. Und ich meine, hallo, habe ich schon mal erwähnt, dass hier ein Glitzerherz ist. Vielen lieben Dank, liebe Michelle. Ich finde es unglaublich, wie gut man sich durch Videos irgendwie kennenlernen kann. Und mir hat das echt mega, 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 mega viel Spaß gemacht. Und, ach, zu Glück konnte ich das jetzt aufmachen, weil ich war so aufgeregt. Aber jetzt bin ich noch aufgeregter auf dein Video, wie dir denn überhaupt meine Sachen gefallen haben. Ähm, ja, falls ihr neu seid auf meinem Kanal, dann könnt ihr euch ja auch nochmal umschauen, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, wenn nicht. Oder abonnieren, ne, oder es sei euch freigestellt. Aber man kann auch mich abonnieren, wollte ich nur mal sagen. Ich finde es echt cool, dass wir das gemacht haben mit dem Tauschpaket. Und, ja, vielleicht können wir das ja sogar nochmal machen, wenn du Lust hast. Und, ja, vielen lieben Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist jetzt ganz schön lange geworden, aber, ja, damit muss man halt rechnen. Und, ja, bis bald. Hab übrigens jetzt auch ein Postfach, falls ihr es wissen wollt. Ja, ähm, ich bin jetzt die Tage flashig, muss jetzt erstmal alles verarbeiten. Danke, liebe Michelle. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, die Sachen für dich rauszusuchen. Du hast genau meinen Geschmack getroffen, kennst mich echt richtig gut. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder in echt wiedersehen. Und, ja, dann bis bald, meine Lieben. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.